Wie komme ich vom Flughafen ins Hotel? Da gibt es einige Möglichkeiten. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, mit dem Taxi zu fahren, mit dem Airport Railing zu fahren, mit dem Limousinservice ins Hotel zu kommen. Es gibt auch einen öffentlichen Bus und natürlich auch eine Autovermietung. Ich möchte hier aber erstmal nur auf die beiden meistgenutzten Möglichkeiten hinweisen. Das ist einmal das Public Taxi und der Airport Railing. In diesem Video geht es dann erstmal um das öffentliche Taxi. Wenn ihr eure Koffer abgeholt habt und dann zum Ausgang geht, seht ihr oberhalb und seitlich blaue Informationstafeln mit weißer Schrift drauf. Da sind Pfeile drauf, die führen einmal zur Information, einmal zum Meeting Point und einmal zu den Transportmöglichkeiten wie Bus, Skytrain oder Airport Railing und Public Taxi. Das öffentliche Taxi findet ihr unten auf Level 1. Da steht dann Public Taxi Floor Number 1. Ihr geht einfach runter mit der Rolltreppe oder mit dem Aufzug zum Level 1. Dort kommt ihr dann, wenn ihr aus dem Flughafen rausgeht, direkt zu dem Taxi stand. Das ist jetzt hier ein bisschen tricky. Da müsst ihr euch anstellen und dann an einem Automaten ein Ticket ziehen. Auf diesem Ticket steht dann eure Taxi Nummer und dann geht ihr zu dieser Taxi Nummer, weil euer Taxi parkt unter dieser Nummer. Das ist alles elektronisch aufgeführt, das erkennt ihr sofort. Also Ticket ziehen, da steht die Nummer drauf und zu dieser Nummer gehen. Das ist dann euer Taxi. Vorher habt ihr noch einige Optionen, die ihr an dem Automaten einstellen könnt. Jetzt ist es da mit der Gebührenstruktur ein bisschen tricky. Das möchte ich aber nochmal genau erklären. In der Regel ist es so, dass ihr für das Ticket, was ihr zieht, 50 Baht extra zahlt. Das ist so eine Service Charge vom Flughafen. Die müsst ihr beim Taxifahrer zusätzlich zu eurer Fahrt bezahlen. Wenn ihr beim Taxi ankommt und eure Koffer abgebt, müsst ihr auch nochmal 20 Baht pro Koffer bezahlen. Das alles, wenn ihr jetzt nur ein kleines Taxi benutzt. Das kann sich ganz schnell wieder ändern, wenn ihr ein Großraumtaxi braucht oder mit mehreren Leuten ein großes Taxi nehmt. Dann ist diese Service Charge etwas höher. Dann kann die auch mal 90 Baht oder 100 Baht kosten. Und pro Koffer können dann auch schon mal 20 bis 100 Baht genommen werden. Ich kann leider nicht genau sagen, wie sich die Preisstruktur jetzt momentan entwickeln wird oder wie die Preise jetzt gerade sind. Also das wäre jetzt sehr unseriös, weil sich das ständig ändert. Also das kann in ein paar Monaten oder in einem Jahr schon wieder ganz anders sein. Also Fakt ist, in der Regel ist es so, ihr zahlt 50 Baht für ein normales Taxi. Ihr zahlt 20 Baht pro Koffer. Das heißt, bei zwei Personen zahlt ihr 50 Baht plus 40 Baht, das sind 90 Baht. Also 100 Baht on top. Dann kommt noch eines hinzu. Ihr müsst wahrscheinlich noch Mautgebühr bezahlen, weil ihr über den Toll Highway fahrt, also über die mautpflichtige Autobahn. Da fahren die meistens lang, wenn die ins Stadtzentrum fahren. Das sind dann auch nochmal 30 Baht, die on top hinzukommen. Dann wärt ihr also mit der Flughafengebühr bei 50 Baht, mit den Koffern bei jeweils 20 Baht pro Koffer bei 90 Baht plus 30 Baht für die Mautgebühr. Das wären dann 120 Baht on top, die noch zusätzlich zu den Taxegebühren hinzukommen. Wenn ihr jetzt eine Taxegebühr habt von 100 bis 200 Baht, ich gehe mir davon aus, das sind eher 200 Baht, dann seid ihr also bei ungefähr 320 Baht. Ich meine, selbst für einen Europäer ist das jetzt kein Problem. Also das sind natürlich lächerliche Taxipreise im Gegensatz zu den Taxipreisen in Europa. Also da ist das schon okay. Der Vorteil ist halt wirklich, dass man ganz bequem halt aus dem Flugzeug aussteigt, seine Koffer nimmt, dann eine Etage tiefer geht und dann ins Taxi steigt. Und dann kommt man halt bequem im Hotel an. Das kostet dann halt ein bisschen mehr als regulär, aber für den Anfang kann man das ruhig mal machen. Der Nachteil ist dann auch noch eventuell, dass man halt mit dem Taxi länger im Stau steht. Das ist ein großer Nachteil, dass man da halt wirklich dann, wenn man auch gerade in der Raschauer ankommt, ganz lange im Stau stehen kann. Gut, jetzt sitzt man in einem sauberen Taxi, was klimatisiert ist, ist das nicht ganz so das Problem. Man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, dann klappt das schon. Und dann, wenn man das nicht 볼dt, dann bekommt man dasiałe Moritz. Dann macht man das Schutz.